Ja Leute, was geht? Und es geht weiter mit Let's Play A Plague Tale Innocence mit mir, dem Pirus. Wir machen hier weiter in einer neuen Folge. Wir sind mittlerweile Kapitel 8. Genau sind wir mittlerweile Kapitel 8, Leute. Und hier ist irgendwie alles ruhig, was ich mal ganz schön finde. Wir müssen diese Strohmatratzen zusammenflicken. Kann wir machen gleich. Äh, Amicia? Nein, nein. Äh, wow. Aber egal. Ich habe keine Materialien, aber ich habe hinten Werkzeug. Äh, das ist immer ganz gut. Ja, ein bisschen was. Äh, ja. Ja, ja, der liebe Hugo will was von uns. Oh, ich sag mal was. Wir müssen lesen. Ne, das ist auch Stoff. Okay. Wir sind hier alles. Oh Gott, legt's ab, oder? Oder? Ach ja, die Dinge, die wir gefunden haben. Zumindest können wir sie so in diesem Chaos nicht verlieren. Äh, das ist ein Unterschlupf. Das ist, also, ich sitze jetzt hier ein fester Unterschlupf, den wir immer haben werden. Dinge, die wir verloren haben. Das ist jetzt eine... Das sieht geil aus. Hugo wartet auf mich. Ich sollte lieber gehen. Okay. Wie heißt es eigentlich? Unter zu Hause. Ja, ja, wir doll. Er ist unter zu Hause. Ich kann mich auch nicht vorstellen, dass wir ein Hub. So eine Hubwelt jetzt hier haben. Also halt, so eine Welt, ähm, wo wird man wieder zurückkommen. Kann ich mir bei dem Spiel jetzt noch nicht vorstellen. Aber mal gucken. Wir sehen's ja jetzt gleich. Äh, uh, ja, ich kenne... Ami ist aber auch keine Werkstatt mehr. Genau. Die Liebe Ami ist hier, so. Hm, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Wir stellen, wir stellen's hier die Werkzeuge her, die einen Balletit. Daher muss ich nicht länger auf Werkzeuge der Umgebung dahin sammeln. Das wäre natürlich praktisch. Ah, jetzt kann er zum I machen, äh, ist ja geil. Ja, ist ja geil, Leute. Das ist ja geil. Ey, das ist ja supergeil. Ey, das ist ja abgefahren, das ist ja richtig neu. So, los. Los, Ugo. Ugo Banani, los geht's. Keine Werbung. So, kleiner. Ein kleiner, kleiner Zwerg. Ami, ja, wo willst du denn hin? Schon gut, du kannst kommen. Wo geht's hier hin? Ich will mir umgucken. Komm gleich zu Lukas gehen. Komm, kleiner. Oh, ein Grab. Wer liegt hier? Ich weiß es nicht. Wir können etwas sagen, wenn du möchtest. Bitte entschuldig die Störung. Wir haben zwar keine Kerzen, aber ruht in Frieden. Danke, dass ihr auf uns aufpasst. Komm, gehen wir. Entschuldig die Störung. Ah, du bist ja, du bist ja geil. Entschuldig die Störung. Oh, sorry, hi. Entschuldigung, bin, bin neu hier. Oh Gott, Alter. Oh, der Wildsame. Für diesen Sprung müsstest man dich in den Arm nehmen. Da war geil. Erkennen das was Tolles. Ganz ehrlich, die können dort echt Leute bereichern. Ganz ehrlich, wenn ich mal Vater werde, ich glaube, dann werde ich auch so an, dass er ganz ehrlich schon immer schmunzeln wird, wenn mein Kind irgendwas Witziges sagen wird. Kannst du schlafen? Kein bisschen. Das Labor ist drunter gekommen, aber hat mich inspiriert. Ich habe das große Werk fast vollbracht und ihr könnt mir helfen. Oh, ja, ja. Was sollen wir tun? Amicia, ich brauche die Fiole links auf dem Tisch. Äh, in Ordnung. Und ich und ich? Was kann ich tun? Für den letzten Schritt brauchen wir Licht. Hyko hol eine Kerze. Was schaffe ich? Vielleicht auch Lorenzios. Also willst du mir jetzt sagen, dass du den Weg von da bis da nicht schaffst. Krass. Du bist eigentlich nicht krasser. Aber ich gucke mir noch um. Du bist 18? bescheuert am ist ja hohe der flasche dort ok kommen diese komische flasche zwei meter das muss es sein ja stinkt wie du hier sonst noch was den konzentrierten lorbeer saft direkt hinter mir ich hole ihn was ist ein großes werk was zum essen das ist ein elixier das sein pfad erleuchtet ein leuchtfeuer für den träger der makula es ist mir heute nacht eingefallen ja er kann ja die an die umdrehen weil warum eigentlich warum kannst du die nicht kurz umdrehen aber er wird wohl seine gründe haben hier ja weil du dich ja nicht umdrehen kannst hier gut dann jetzt die engelsträne die krönung der alchemie das elixier das war eigentlich nicht geplant das macht nichts lukas vielleicht solltest du dich ausruhen oder ego gut gemacht lukas du bist ein zauberer ich komme holger hugo aus dem wall genau er wird ausgesprochen ich sage mal hugo ne ja ich bin zwar deutsch aus ich war sehr gut weil es ja auch von franzosen habe ich auch entwickelt wurde er die runes ist ja auch französisch sieht es mir bitte nach einfach ich kann eigentlich mehr gesehen vielleicht ist sie schon aufgebrochen also ich bin ganz schön im französischen namen bitte sieht es mir nach also du wohnung und so okay muss schon seit jahrhunderten leer stehen also den einzelnen namen verspricht nice nah hat die beiden spaß die inquisition sicher auch wir dachten du bist weg komm wir müssen reden okay ja was ist denn dieses chateau ist eine ruine das ist genau was ihr braucht wer auch immer es gebaut hat wollte seine verdammte ruhe haben macht keinen ärger und alles wird gut also gehst du arthur holen wenn ich helfen kann arthur ist mein problem du hast es ja gehört diese hunde von der inquisition haben ihnen die bastion gebracht ich weiß wo ich suchen muss ich finde ihn und wegen ego ich weiß es ist nicht leicht aber glaubt mir es ist es wert er wird dich retten letzten endes retten sie uns immer selbst wenn man brüdern ab und zu den hals umdrehen will die symbol amicia das glaube ich dir geh nicht ohne liebe wohl zu sagen ja als ob das meine art wäre amicia komm bitte ja ugo was hast du gefunden da unten da ist die zeichnung welche zeichnung die im speisesaal ich zeig sie dir kommen ich folge dir die symbol der großen halle an okay tue ich das sind die selben symbole ja vielleicht das wappen der alchemisten hast du den baum gesehen den baum na los hier rüber den baum das ist eigentlich keine abenteurer komm zurück wo gehst du hin oh sind das deine neuen freunde ja amicia tut mir leid dass ich krank bin nein 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 ist er gern wir werden ein heilmittel für dich finden und jetzt haben wir doch auch lukas und meli lukas sieh mal die schmetterlinge sieht aus als hätte hier jemand spaß es wird immer größer ja die makula breitet sich in seinem blut aus die bücher besagen dass es mehrere schwellen gibt und der träger bei jeder schwelle gefahr läuft zu sterben wie viel zeit haben wir sehr wenig hugo hat die erste schwelle fast erreicht mein meister und deine mutter wollten den prozess verlangsamen aber wie was haben sie getan sie haben an einem sehr komplexen elixir gearbeitet um ihm zeit zu verschaffen und kannst du es zubereiten mir fehlt ihr wissen doch ihre arbeit basierte auf einem verbotenen buch dem sanguine ist itiner mit dem buch könntest du also das sanguinis itinerar ist gefährlich es ist mit anderen werken im keller der universität eingeschlossen dorthin zu gelangen ist fast unmöglich wenn nicht selbstmord gewöhnlich schon aber wenn wir uns das chaos zu nutze machen hätten wir eine chance ich weiß wo das ist in der stadt in der nähe vom gefängnis meines bruders wenn du das riskieren willst helfe ich dir reinzukommen danke gut ich packe meine sachen komm zu mir nachts rennen wenn du gehen willst in diesem fall braucht ihr ausrüstung ich bereite sie vor hugo es tut mir leid ich muss weggehen keine sorge ich bleibe bei lucas gut ich bin bald zurück alter es war ja auch vorher nicht so schlimm ne hilfen meli in der großen halle um mit ihr aufzubrechen okay ist das das kapitel gewesen oder was ich weiß nicht ob unser das kapitel heißt ja nur unser zuhause und das schätze ich mal wird nur das hier implizieren ne oder ne brauche ich nicht mehr muss ich mich doch daran gewöhnen ne dass man das nicht mehr braucht über die ganzen folgen was sie das jetzt immer tun ist der tiegel eines alchemisten da wird lucas sich freuen das wichtigste werkzeug eines alchemisten dieser steimernde behälter widersteht aus auch den härtesten bedingungen extremer temperaturen sollen ohne schaden zu nehmen in des gesamten alchemistischen prozesses ist er ein zuverlässiger begleiter bei der angeschrieben veränderung des großen werks und wo sind die hin wo macy 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 bedingung einer großen halle handelt steht sogar waren die war hier unten vorsichtig in der stadt dort ist es bestimmt chaotisch als hier keine sorge wir mädels können auf uns selbst aufpassen davon bin ich überzeugt trotzdem viel glück zum geburtstag viel glück und jetzt wo ist sie denn wo ist sie jetzt alter sache da keine gibt es ja nicht da ist sie endlich na dann wollen wir mal hört zu eine sache noch laurentius hat einmal gesagt der weg zum buch sei überseht mit rosen haltet also die augen offen rosen in ordnung werden wir kapitel 9 im schatten des walds und das war ein kurzes kapitel erste regel zum überleben tritt ihn zwischen die beine wäre der kopf nicht besser du bist so ein weichei ok folge meli ok was sind das für leute auf der brücke das sind die einwohner sie werden evakuiert las mich raten der biswütet hier genau und wurde biswütet ist wer nicht weit die inquisition schlaues mädchen danke nein hast du ihn gekannt ein dieb wir haben zusammengearbeitet er hatte talent das ist also die strafe fürs stehlen der tod ich will nicht dass sie arthur so einen stock verpassen los gehen wir dein einsatz ich knacke das schloss und dann kümmere ich mich um arthur in ordnung aber wo genau ist die universität das große gebäude am anderen ende der stadt nicht zu übersehen glaubst du dass wir uns wiedersehen hoffentlich du schuldest mir was scheiße das heißt auch dass du nicht sterben darfst ich tue was ich kann mal bitte mach schon ab mit dir viel glück dir auch ach so ok sie wissen dass sie sterben wenn sie hier bleiben aber glaubst du dass sie aus eigenen stücken gehen los bewegt dich wir müssen die letzten von ihnen raus keine sorge wir haben es fast geschaffen die stadt gehört und dann werden wir das ganze etwas beschleunigt diese misskerle was haben die nur vor aber es habe ich genug verdammt ich habe gedacht ist ein bisschen länger mit ihr zusammen sind die ersten paar minuten aber ok jetzt sind wir ohne uhr oder weg ist ja mal ganz das ganze neues oh gott die treppen mag ich ja gar nicht da drüben das muss die universität sein das licht das gefällt mir ganz und gar nicht da hinten ist die ach du scheiße ja das ist schon ein das ist die letzte warnung bevor wir euch auf den erschen hier rausschleifen schon gut wir machen nur ein paar Sachen das ist schon ein verdammte bourgeoisie schön vorsichtig alter vorsicht wird das kriegsrecht ausgerufen die stadt untersteht jetzt der inquisition wer zu bleiben gedenkt wird verhaftet und hingerichtet kriegsrecht ich kann es nicht glauben warum jetzt das ist so Tja, da ist nichts. Da siehst du. Scheiße. Ahm, der ist ja immer hier, der mich so umdreht. Ahm, der Scheiße. Was ist denn das? Können wir den Jawa irgendwie ausschalten? Oh, da bin ich an den einen jetzt ja nicht vorbeikomme. Konnte man den nicht ausschalten? Warte mal. Warte mal. Jetzt haben wir es. Sehr gut. Oh, das ist ja nicht vorbeikommen. Oh, das ist ja nicht vorbeikommen. Sehr gut. Oh, mein Gott. 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 6 also mal immer sehr knapp so lang lange es noch gut geht es ja alles in bester ordnung nur es ist halt auch immer sehr knapp keine Ahnung oh oh ja ich schätze mal schon aber ich würde auch sagen hier ist ein guter Punkt um einen Cut zu setzen und dann in der nächsten Folge machen wir wieder weiter hier mit Let's Play Plague to Innocence ich danke für den Zuschauer mit dabei sein und beim nächsten Mal machen wir das neue Kapitel Hau rein, bis dann bei Pirates Tschüssi, wir sehen uns Ciao